Oh, was für ein Sauwetter. Naja gut, abwärts. So. Dann gehen wir mal zu Leon zurück. Und bringen ihm die ganzen Medaillen, die er haben wollte. Vielleicht vertraut er uns dann. Ich weiß aber nicht, ob wir ihm vertrauen können. Bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Aua. Das war knapp. Schön Steffi. Auf jeden Fall mach ich wieder schön Steffi. Ich versuch's. Ich versuch's. Okay. Ey. Aus dem Weg, Mann. Hallo, Alina. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ey. Aus dem Weg. Da ist er ja. Da liegt er ganz gechillt. Unter seinem Dach. Denkt dann nix böses. Warum so alleine? Du bist zurück. Hast du den Beweis, um den ich dich bat? Das könnte dich interessieren. Ich nahm es dem Befehlshaber ab, nachdem er tot war. Weißt du, worum es da geht? Wie meinst du das? Deine Reaktion verriet dich. Ja. Der Mann, der hier erwähnt wird, hatte einen wichtigen Auftrag für Athen. Okay. Wer ist dieser Bote? Was bedeutet dir dieser Mann? Du siehst besorgt aus. Er war nur ein Gehilfe, aber seine Mission war sehr wichtig. Hm. Okay. Und warum er? Warum nur wollte der Bote nach Mytilene? Er sollte helfen, dort Vorräte an das Volk zu verteilen, um ihnen gegen ihre Unterdrücker beizustehen. Hm. Okay. Und was hast du jetzt vor? Ich hoffe, damit ist bewiesen, dass man mir so etwas anvertrauen kann. Es beweist deine Tatkraft. Ja. Vertrauen? Du hast den Brief gelesen. Ich musste sicherstellen, dass er als Beweis für die Tat tat. Es hätte alles sein können. Ein guter Einwand. Und deswegen habe ich noch einen Auftrag für dich. Du musst meinen Boten Heramos finden. Ist das der Bote aus dieser Nachricht? Ja, es ist unerlässlich, dass Heramos befreit wird und das Schiff erreicht, das sich bereitstellen ließ. Hm. Wo liegt das Schiff? Wo ist das Schiff, zu dem ich ihn bringen soll? Es ist sicherer, wenn du es nicht weißt. Sobald du ihn findest, sagt er es dir. Okay. Und wer ist Heramos? Erzähl mir mehr über deinen Boten. Er ist nicht von Bedeutung. Seine Mission umso mehr. Finde ihn, damit er sie beenden kann. Okay. Was war seine Mission? Welche Mission hatte dein Bote? Je weniger das Wissen, desto besser. Es reicht, wenn du weißt, dass sie wichtig für die Zukunft Athens ist. Hm. Okay, dann sag mir, wo ich den Boten finden kann. Wo soll ich nach Heramos suchen? Wenn die Spartaner ihn haben, ist er im alten Steinbruch. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dort all ihre Gefangenen sind. Okay. Dann holen wir ihn da raus. Sei unbesorgt. Ich werde deinen Heramos zum Schiff bringen. Nice. Für das Volk. Alles klar. Dann suchen wir ihn mal. Wir waren dort schon mal. Das ist zum Beispiel das hier. Der Marmor Steinbruch. Alles klar. Wir werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Wer wird nach dir suchen? Ja, okay. Wenn du beim Steinbruch bist, ja. Aber davor nicht. Ich bin, ich bin. Ich bin. Oh, okay. Und ich bin. wir mal, ob wir das hinbekommen. Moin Patrick, schön, dass du eingeschaltet hast. Der Steinbruch ist auf jeden Fall hier. Ja. Und da muss irgendwo der Bote sein. Okay. Eine Menge Wachen. Das ist verdammt gut bewacht. Ist der da? Alles klar. Ich check mal noch kurz ab, ob es hier noch mehr Wachen gibt. Glaube nicht. Aber natürlich... Hm. Auf dem Türm ist auch niemand. Okay. Ja gut. Dann schleichen wir uns mal rein. Hier ist auch so ein Außenbezirk. Sieht aber verlassen aus. Hauptsache du bist noch da und tust schön Wache halten. Oh. Was? Die 20. Hallo? Kommt ihr alle aus dem Steinbruch, ja? Scheint so. Da ist auch noch eine Wache. Hm. Wir gehen uns erstmal die erste Kiste holen. Die erste Kiste ist hier oben. Und die ersten Feinde auch. Okay. Los in der Hölle. Was ist denn da los? Kampfgeschrei. Athena sind hier drin. Verstehe. Verstehe. Ja. Eine Leiche eines Athenus. Ich weiß nicht, ob der mich angreift. Was? Doch. Hey! Keine Bewegung! Scheiße. Ich bin gar nicht da, Kumpel. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Oh. Das ist kein Athena. Die haben gegen Athena gekämpft. Scheiße. Okay, ich muss aufpassen. Was ist das? Aha. Okay. Jetzt muss ich richtig, wirklich aufpassen. Die haben die Athena hier fertig gemetzgert. Und sind jetzt hier ein bisschen auf Stellung gegangen. Wo ist der andere? Ach, der hockt da oben. Ich versuche mal ein Glück. Na? Let's roll! Was denn? Hast du Angst? Ah, was? Was macht der denn jetzt hier? Alter, wieso brennt hier alles? Und wo kommen die denn her? Hä? Okay, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Aber, ja! Ich muss erst mal wieder rein. Ich bin tot. Ich muss erst mal wieder reinkommen, Alter. Was war das denn, Alter? Hä? Da war doch niemand. Wo kamen die denn her plötzlich? Hä? Das war seltsam. Da steht hier die ganze Zeit Wache und dann plötzlich kommen die von der anderen Seite. Hä? Ich finde das manchmal zum Stealthen ein bisschen unübersichtlich. Wo bin ich jetzt? Ach, dein Fuck Ernst, Alter. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Jeder soll es hinlaufen. Scheiße. Egal. Hallo, Stone. Schön, dass du eingeschalten hast. Oh, der mich weht. Hallo? Spring nur von deiner Mauer. Wie er sich erschrocken hat. Ein Assassine. Nochmal das Ganze. Nochmal das Ganze. Nochmal das Ganze. Ja, 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 ja. Weiß nicht, warum das hier nicht einfach speichert. Wenn wir den ganzen Weg jetzt wieder hierher laufen. Der Bote. Er wird in diesem Lager gefangen gehalten. Mhm. Der Bote. Hier war doch irgendwo noch eine Kiste. Ja. 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 Verdammte Spartaner, echt. Okay. Liegen wir jetzt noch nach oben und schauen mal, wie viele hier jetzt rumstreifen. Ach, hier ist auch ein Feld der Athener, ne? Ja. Okay, jetzt sind es plötzlich nicht mehr so viele. Alles klar. Dann arbeiten wir uns von oben nach unten. Das ist immer die beste Taktik. Durch das Gebüsch. Wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Natürlich bleiben wir das. Da ist auch einer. Kommt er denn jetzt her? Okay. Sonst ist hier keiner. Nein. Na komm. Was? Kommt nicht. Komm schon. Das ist echt. Wow. Das nenne ich mal eine Wache. Die lässt sich von nichts ablenken. Okay. Oh nein. Das ist ein großer. Oh. Oh, das ist Level 19. Ah. Jetzt brand ich auch noch. Nein. Mach es aus. Mach es aus. Nein. Mach es aus. Ganz Maul. Nimmst du ihn, Mann. Au. Alter. ich hasse es gegen solche feinde zu kämpfen ich bin doch ausgewichen nein ich hasse es gegen solche feinde zu kämpfen wieso sind die immer so mann wieso kann man die nicht von hitteln ich hasse das das bemängel ich so an dem game ich muss vorsichtig sein die sind viele wachen halt dein maul echt es ist so behindert alle guten dinge sind drei diesmal schaffe ich es nicht gehen jetzt von unten rein ja 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 schön leise komm schon ja so geht doch schon wieder hier oben ok los geht's schön leise um uns die erste kiste hallo murmel schön dass du eingeschalten hast keine kiste wo hier zu sonst ist hier keiner sind noch welche genug ah nee da sind die gefangenen da ist mein ziel hier oben hängen auch noch voll viele rum na gut zack einmal durchgespießt bitte an dem telekom findet man den reinsten marmor der griechischen welt ich hörte der patelung besteht daraus das hat er jetzt gehört gesehen besser gesagt und er ist nicht gut Mist kommt er hier her echt jetzt könnt ihr ihn runter treten ich weiß aber nicht ob er sofort tot ist ich glaub nicht dass er sofort tot ist aber wir probierens sind ähm einmal wechseln und zwar wir können das auch mal ein bisschen graden das wär auch ne idee wenn ich das grade dann fliegt der weiter macht mehr schaden alles klar packen wir mal kurz zum feuerschwert ist Martin der ist also wir haben das zu das geflogen ist denn jetzt wissen alle dass ich da bin das ist halt kacke denn sogar okay ja das ist einfach Das ist gut. Er hat wieder sehr gute Stilaugen gehabt. Hallo, Obi-Wan. Schön, dass du eingeschalten hast. Bisher nichts, ja. Bisher bin ich weg. Wie er geflogen ist, bitte. Er ist so geflogen. Was macht der denn noch? Hä, wo ist der hin? Hä? Was ist da runter? Okay. Was war das gerade mit Durchsuchen? Ah, eins. Ein paar Drachen. Zack. Tschüss. Halt's Maul da oben. Okay. Ja, mit der Truhe. Wir rennen da unten rum und suchen mich. Haben absolut keine Ahnung, wo ich bin. Jo. Zum Glück muss ich jetzt keine Leichen mehr verstecken. Das ist eigentlich schon ganz praktisch. Hopp. Hoch. Was machen die denn? Laufen hoch, laufen runter. Scheiße. Wenn abwärts. Tschüss. Tschüss. Danke. Da drüben ist wieder einer. Große Chef läuft hier rum. Den muss ich mich erst am Schluss kümmern. Ah, ich habe kein Ding mehr. Kein Adrenalin mehr. Scheiße. Das war eigentlich das. Ich habe doch gerade doubtlos welche getötet. Verstehe ich nicht. Okay. Wo ist der jetzt hin? Wieder nach oben. Nee, da drüben. Okay. Zack. Und der nächste. Auf Wiedersehen. Das waren ein paar. Mach ich jetzt den großen Chef hier kalt. Wenn er wieder auf seinem Balkon steht, dann könnte ich ihn runter treten. Ich weiß nicht, ob er das überlebt. Glaube ich nicht. Gibt es ja nicht, wie viele da sind immer. Egal. Jetzt haben wir ein bisschen aufgerollt. Sehr gut. So muss das laufen. Genauso. Okay. Okay. Scheiße. Scheiße. Hey. Ich habe doch was gehört. Ja. Das war vielleicht ein Vogelnest hier oben. Wie schnell er hochkommt. Jetzt mal. Was? Nein, die Leiche. Nein. Der hat er nicht mitbekommen. Eine Leiche? Ich sehe nach. Oh nein. Mist, verdammter. Neugieriger Penner. Was musst du jetzt nach der Leiche gucken? Egal. Zack. Meine Leiche? Ich sehe nach. Eine Leiche? Ich verschwinde mit ihr. Oder ich schmeiße sie hier runter. Oh je. Okay. Ist nur noch der Große da. Der hier. Der Leiche. Überlegen wir jetzt noch. Dein Maul. Alter, wieso überleben die denn jetzt gerade wieder alle? Ey. Echt. Ist er nicht. Ja, 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 ja. Noch zwei Schätze sind hier. Nur wo? Ach, da ist auch einer. Okay. Okay. Stimmt, einer ist unten im Wasser. Scheint nur noch er hier übrig zu sein. Dann schnappen wir uns jetzt den Penner. Was los? Schön, da ist er. Zack. Jawoll. Nice. One-hitted Penner. Was? Wo ist die Kiste? Das ist nicht die Kiste. Egal. Holen wir kurz. Danke. Eine Dunkelstahl-Maske. Okay. Hier gibt's keine mehr. So ist es aussieht nicht. Wie viele Kisten sind es noch wo fehlen? Zwei. Ja, doch. Dann stimmt's doch. Und abfällt's. Okay. Okay, und da ist die andere. Sehr gut. Die Frage ist, ob wir jetzt noch mehr sind. Die ich vielleicht vergessen habe. Zu markieren. Hier liegen nur Leichen. Wahrscheinlich Sklaven, die sich totgearbeitet haben. Mit ein paar Drachmen in den Taschen. Hallo, Ascension. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und hallo, Hunt. Los, verschwindet. Kannst du nicht. Ich bin für das Volk da. Was ist der Weg? Ich muss noch kurz die Steinplatte holen. Die Platten habe ich alles, oder? Ja. Nice. Ort abgeschlossen. Na, endlich. Sag doch, alle guten Dinge sind drei. Aber ich verstehe nicht, warum ich manchmal doch die Bosse one-hitten kann und manchmal einfach nicht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Woran das festgemacht wird. Zufallsbedingt. Man weiß es nicht. Oh, der Typ ist tot. Mausetot. Anscheinend komme ich zu spät für Eberus. Cleons Boote war nicht der einzige Gefangene. Vielleicht kann ich denen auch helfen. Freihungskraft. Freie die Schiffsführung. Ah, einen habe ich noch vergessen. Hierher. Hilf mir, bitte. Bin schon auf dem Weg. Bitte, hol mich hier raus. Jo. Danke. Meine Beine. Du wirst mich tragen müssen. Na, toll. Okay. Zum Glück habe ich hier aufgeräumt. Meine Beine. Du wirst mich tragen müssen. Okay. Und wohin? Aus dem Steinbruch hinaus. Ah, da hinten ist sogar noch eine Kiste. Richtig mit mir. Aus dem Weg. Sehr gut. Ich kann ja hier mal reingehen. So, dann legst du dich mal da hin. Ich knack kurz die Kiste und dann erzähl mal, was passiert ist. Hab Dank. Ich muss zu meinem Schiff. Ich bezahle dich gut. Mhm. Was für ein Schiff. Du hast ein Schiff? Ja. Ich kam an Land, um einen Verbündeten zu treffen. Er genießt die spartanische Gastfreundschaft am Ende eines Stricks. Heramos? Ich kam her, um ihn zu retten. Wir können die Mission beenden, wenn du mir hilfst. Okay. Wer bist du? Sag mir, wer du bist. Schiffsführer Ono Makles. Ich bin auf einer Mission. Und ich muss hier dringend raus. Okay. Wir sterben, wenn wir jetzt nicht verschwinden. Spartanische Patrouillen könnten uns jederzeit finden. Du hast recht. Wir müssen zu meinem Schiff. Hm. Du bist auf dich alleine gestellt. Voll Arschloch mäßig sein. Nein, nein. Lass uns verschwinden. Ich bring dich zu deinem Schiff. Zeig mir einfach nur die Richtung. An der Küste. Südlich des Strandes von Marathon. Warum ist dieses Schiff so wichtig? Es ist nicht das Schiff. Sondern die Fracht. Sie muss ihr Ziel erreichen. Kann ich denn da drauf platzieren? Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Okay. Das sage ich dir lieber nicht. Wieso nicht? Glaub mir einfach. Was wir tun, dient der Sicherheit und der Zukunft von Athen. Die Mission muss Erfolg haben. Ah. Meine Bezahlung hängt davon ab. Also glaub mir. Das wird sie. Okay. Dann reiten wir mal querbeet. Okay. Da ist... Oh oh. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Ja, ja, ja. Ich hab gesehen. Oh, das ist wieder ein Löwe. Lauf, kleines Pferd. Lauf. 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 Ich hab' ich hier durchkomm. Ich seh' da aber ein spartanisches... Äh, Ding hier. Schiff. Das ist ein spartanisches Schiff. Mist. Egal, wir gehen hier durch. Was zur Hölle? Na doch. Na doch. Oh. Kann ich die Kiste auch öffnen? Auf'n Pferd? Ah ja, okay. Geht alles. Nice. Ella. Hey. Was hat... Hab' Mega schon lang nicht mehr gesehen. Ja. Keine Ahnung. Wird wohl beschäftigt sein. Mit Schule und so. Komm schon. Okay. Wir sind da. Deiner Mannschaft erging es ebenso wie dir. Ich werfe Heere muss nicht vor, dass er uns verrät. Denen aus Sparta fehlt jedes Mitgefühl. Bleib hier. Ich töte die Spartaner, zerstöre ihre Schiffe und befreie deine Leute. Yeah. Yeah. Alles klar. Wir töten die Spartaner. Wir werden erstmal wieder von einem Löwen angegriffen. Hau ab, Mann. Na toll. Scheiß Löwen immer. Scheiß Löwen. Angriffslustige Mistviecher. Na. Schluss jetzt. Au. Schluss, hab' ich gesagt. Hey, warte. Reite nicht mit ihm weg. Hey, warte. Hey. 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 Wow. Und Schluss mit sie, Kätzchen. Gut. Danke. Wer mit meinem Pfeilen. Na dann, schauen wir mal. Wie viele Spartaner haben wir hier? Ganze Menge. Das Schiff haben wir hier auch. Oh Mann. Okay. 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 Ich verstecke mich. S-s-s-s-subscrib'd. Willkommen in der Elite. Klingi. Hi. 88. Danke für dein Sub. Dein Prime Sub. Vielen lieben Dank. Und willkommen in der Elite. In der Stealth Elite. Scheiße sind das viele. Wie soll ich denn die alle lautlos ausschalten? Wie schnell ist das? Ähm. Oh oh. Kommt der? Ich schaue besser nach. Was? Scheiße. Dreh dich. Scheiße. Dreh dich. Scheiße. Dreh dich. Dreh dich. Kommt der jetzt auch? Natürlich kommt der jetzt auch. Okay, doch nicht. Ich befreie die Wachen. Dann kämpfen die. Zack. Kämpft. Los. Sehr gut. Eine gute Ablenkung. Ich hoffe nicht, dass sie verlieren. Das sind ein bisschen mehr, die Gefangene. Das nur noch die anderen befreien. Los. Das hilft euren Freunden. Los. Auf. Okay. Zack. Jetzt mische ich ein bisschen mit. Aua. Auf. Wo ist der Große? Da ist er. Los, Mann. Oh, wow. Komm her. Zack, zack, zack. Okay. Das war jetzt nicht so. Stealthy. Alter, ich hab alle gerettet. Wofür, Alter? Dass alle sterben? Aua. Penner. Wow. Du bist der einzigste, der überlebt hat. Nein, okay. Du hast noch einen, Bruder. Einen hast du. Einen. Nein, zwei. Wow. Zwei. Drei Stück haben überlebt. Zeit läuft uns davon. Bewegt euch. Ja. Okay. Dann rüber zum Schiff. Also irgendwie dieses Schiff versenken. Aber wie? Warte mal. Was ist, wenn ich mit dem Schiff hier angreife? Ich ramme einfach das Schiff. Vielleicht geht das. Das ist nicht. Versuche, es ist wert. Das kann man gar nicht steuern. Das hat gar kein Steuerrad. Was ist das für ein Schiff? Okay. Ja, gut. Das sind verdammt viele. Wie soll ich denn da... Bitte... Wie soll das... Ich zerstöre das Schiff der Spartaner. Ja, okay. Wolle ich eine Sprengladung oder sowas. Okay. Wir haben plötzlich hoch. Erst fahren sie sie ein und dann... Wieder aus. Kann ich hier rein? Nein. Oh, schade. Ich hab schon gedacht. Ich könnte hier rein. Aber nein. Ah, okay, jetzt ein Delfin. Ich dachte gerade, es ist ein Hai. Was? Oh! Was? Woher haben die denn gewusst, dass ich schon... ist das geskriptet oder? Das muss man hier kämpfen. Alle und dann auch noch gegen so viele. Das ist... für mich fast kaum machbar. Hey, warum wurde ich eigentlich entdeckt? Das würde mich halt schon mal interessieren. Die gucken doch alle nicht in meine Richtung. Komm schon. Lass deinen posten. Nein. Vielleicht der. Auch nicht. Ach, kommt schon. Alter, sind das viele. Hockt da oben einer? Warte mal. Hey, da hockt keiner. Hä, wie hat der mich denn gesehen? Verstehe ich nicht. Komm schon. Hey, Kumpel. Ach, komm. Guck mal, die sind alle mit dem Rücken zu mir. Alle. Ah, wieder gesehen. Ah, geht doch runter. Ah, geht doch runter. Das ist geskriptet. Kann ich nichts machen. Warte mal. Nein. Was ist, wenn ich hier eine Fackel draufwerfe? Nichts. Okay. Mist. Das wird richtig hart jetzt für mich hier. Also das wird jetzt richtig hart für mich. Oh Gott, das wird richtig, richtig hart jetzt für mich hier. Zack. Zack. Oh, nein. Auwa. Nein. Ah, das ist... Alter. Kapit. Jawohl. Einer ist tot. Oh Gott. Au. 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 Hey. Hey, 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 hey. Oh. So. Junge. Das war knapp. Junge, Junge, Junge. Ach, das macht so viel kaputt. Das... Oh, schreitze. Okay. Aua. Aua. Aua, aua. Nein. Ich mach das jetzt die ganze Zeit. Das ist witzig. Geht wieder auf eure Posten. Los. Er ist weg. Ah, wieso? Ach, Mann. Egal. Oh, schreitze. Oh, schreitze. Oh, schreitze. Ach, lasst euch. Hey. Hey, ah. Hey, ah. Hena. Ah, zack, zack. Oh, ah. Zack. Nein, mas. Pham. Hey, fliegen, Penner. Hier, echt durchkämpfen. Nervig des Zorns, Alter, echt. Brauche echt bessere Waffen. Au. Ja, ja. Schnauze. Zack. Okay, der ist tot. Daneben. Daneben. Gott. Aua. Aua. Und zack. Wieder einer weniger. Ja, ja. So komme ich nicht davon. Oh, oh, wo kommt der denn her? Okay, lasst mich mal durch hier. Ja. Ja, komm schon. Und tschüss. Zack, zack, zack. Fletch. Das war nicht schnell. Pass auf, dass du jetzt nicht fliegen lernst. Tschüss. Ah ja. Ah ja. Hab ich das, ja. Zack. Und tschüss. Wieder einer weniger von euch. Massakriere das ganze Schiff, ihr Penner. Kommt schon. Gut. Ah. Ah. Gut. Flug. Ja, okay, doch. Das ging nicht. Boah. Das ist dein Ende. Okay, ist das mein Ende, ja? Ja, dann kommt doch. Wenn das mein Ende ist. Zack, 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 zack. Und snatch. Ja, Mann. Der Ard ist erwartet. Er warnt. Komm schon. Au. Meiner runtergefallen. So wie du zum Beispiel. Tschüss. Okay, der lebt noch. Au. Zack. Zack. Oh nein. Oh doch. Komm schon. Zack, 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 zack. Au. Geh weg. Alter, da in der Ecke. Dieses Schiff ist echt eng. Ah, das hilft dir auch nicht. Zack. Na dann, kommt. Zeigt, was ihr drauf habt. Kästliche Spartaner. Aua. 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 Das war nicht nett. Wieder einer. Weniger. Zack, zack, zack. Alter, ist das... Das ist eine Schlachterei, Alter. Wenn ich auf Kampf geskillt hätte, wären die alle schon längst tot. Obwohl, ich spiele auf schwer. Aua. Das war nicht nett. Das war echt nicht nett. Wieder einer. Ich schicke euch alle zu Hades. Los, herrla. Ja, Mann. Komm schon. Au. Au. Okay, jetzt reicht's. Du machst auch einen Freiflieger. Ja, das war gerade nicht fair, sich zu treten. Und du... Au. Au. Jawoll. Ganzes Schiff ausgerottet. Oh. Oh. Was? Ja, wie soll ich das jetzt zerstören, das Spartaner-Schiff? Anzünden? Vielleicht muss ich's anzünden. Das macht gar keinen Sinn. Das brennt ja gar nicht. Zerstöre ihre Schiffe. Und dann... Zerstöre ich sie. Und... Hä? Kann ich... Was kann... Wie kann ich denn das Schiff bitte... Junge, Junge. Wie zerstöre ich denn jetzt das Schiff? Muss ich mein Schiff holen und... reinfahren, oder was? Ist das mein Schiff? Oh, ein Spartaner-Schiff. Kann ich das jetzt... Naja, okay. Kann ich auch nicht. Ich hab gedacht, ich kann hier jetzt irgendwas machen, aber... Hä? Ich hab dich nicht. Schiff mit Schiff zerstören, oder? Kann ich nicht einfach unter Deck gehen und irgendwas kaputt machen oder so? Das ist ja auch dumm gemacht. Echt, ich muss jetzt mein Schiff holen und mit dem Schiff... Ja, okay. Mein Schiff ist ja zum Glück da drüben. Ich muss jetzt einfach nur rüberschießen und ja, alle töten. Fertig. Mission erfolgreich. War auch eine probische Mission. Hätte ich ja gar nicht aufs Boot gehen müssen und die alle töten. Egal. Hey, was geht? Alles klar, was macht ihr hier? Ja. Los! Ja, wir rammen es. Los! Wir rammen es! Mach's kaputt! Los! Ja, komm, Alter. Wie viel das aushält. Ja, komm, Alter. Wie viel das aushält. Wer ist das? Level 21. Oh, ja, genau! Wer ist das denn? Wieso greifen die uns an? Nein! Nein! Meine Bremse! Meine Bremse! Ich habe keine Bremse! Sich mir! Ja! Und schwechseln! Feuer! Das Wesen! Jetzt versenkt doch das verdammte Schiff. Nein! Das war ganz schön! Ah! 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 Nicht gut! Hey! Wir haben höchste Spindigkeit! Wir können nichts mehr weg hier! Au! Wir werden nicht mehr auf den Weg gehen! Wir werden nicht mehr auf den Weg gehen! Los! Erlaubt nochmal, Alter! Alaka! Ja! Scheiße, das war falsch! Erlöscht es! Es gibt's nicht, Alter! Ich verliere bestimmt jetzt wieder! Weil ich halt so viel Schaden... ...so wenig Schaden mache wieder... ...diese Scheiß... ...Schiff wieder, ey! Die Böden! Alles gleiche! Alles gleiche! Feuerrecht! No! Achtung! Komm! 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 Wir müssen hier weg! Wir überleben das nicht! Die sind zu zweit! Wir sind allein! Nein! Wir haben kein gutes Schiff! Weg hier! Ist egal! Wir hauen ab! Das Schiffskampf ist bei dem Spiel so nervig! Unglaublich! Ich will sie aber auch gar nicht angreifen! Ich will sie aber auch gar nicht angreifen! Wasser! Oh! Das ist bloß! Oh! Es ist das! Oh! Das ist das! Da ist das! Nachdenken! Ach ja! Weg! Weg! Hier hat was mir gewässert! Ja, man kann gar nicht abhauen! Ist das dumm gemacht. Recht! Oh, Mann, Alter. Was habe ich mich da so durchgemetzt, Gott? Los. Okay, wir haben es geschafft. Dreckschweine da hinten, echt. Legt an! Junge, Junge. Also, die Schiffskämpfe gefallen mir überhaupt nicht. Null. Die sind richtig kacke hier, also. Naja, Hauptsache, wir haben es geschafft. Zurück zum Schiffsführer. Aber auch nicht eine leichte Quest, ey, echt. Ja, aber, ja, hast du recht, die Schiffskämpfe sind wie in, ähm, Bing, Black Flag und, ähm, Rogue. Und Freedom Cry und bla bla bla. Ja, aber, ähm, es fühlt sich einfach nicht so, ich weiß nicht. Da die Schiffe auch Level haben und so, also ich finde es einfach nicht so geil, ich weiß nicht. Egal. Machen wir weiter. Du hast Athen einen großen Dienst erwiesen. Bei meiner Rückkehr werde ich das lobend erwähnen. Nun, du sagtest was von Bezahlung. Mehr als das. Du hast dir die Gunst einiger wichtiger Personen verdient, wenn sie erfahren, was du getan hast. Ja. Das könnte nützlich werden. Ja, das könnte nützlich werden. Dann schaden ja bekanntlich nur dem, der sie nicht hat. So wie es derzeit in der Welt läuft, brauchst du sie mehr denn je. Wie meinst du das? Ich habe genug gesagt und mein Schiff wartet. Vielen Dank, Söldner. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, ich denke, wir werden uns wiedersehen. Hm. Gut. Ist ja unerfolgreich. Also zurück. Zu ihm hier. Zu Kelton oder wie auch immer. Jo, 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 jo. Immer langsam. Voraus. Immer langsam voraus. Oh. Hier gibt es auch noch ein paar. Hier gibt es auch noch eine Quest. Freund in Not. Ja, nice. Aber eigentlich müssen wir jetzt abgeben, ne? Aber ich würde jetzt das Fragezeichen hier holen. Dann das Fragezeichen. Oder. Ja, komm. Egal. Dann klappern wir noch ganz kurz das Fragezeichen hier. Hm. Sobald es aber wieder hier irgendwas ist mit einnehmen, äh, weiß nicht, ob ich das mache. Wirklich alle Fragezeichen auf 100%. Ja, ist wieder. Das ist jetzt für Athen. Ein Athener Außenposten. Was muss ich da machen? Befehlshabende, zwei Stück ausschalten, Kriegsvorräte verbrennen und den Schatz plündern. Das ist auch immer nur dasselbe. Irgendwie kriege ich das genug, wenn ich Missionen mache. Meine Meinung nach. Würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise. Zurück. Geben die Quest ab. Und, äh, machen wir uns dann auf den Weg hier hoch. Holen diesen, ähm, Aussichtspunkt. Machen die Nebenquest. Und dann, äh, sehen wir mal weiter. Was wir danach machen. Okay. Achso, ich wollte ja Schnellreise machen. Schon wieder. Komisch, kann mich an die Quest gar nicht erinnern. Ja, vielleicht hast du doch ein oder zwei Quests. Haha. Nicht gemacht. Und, ab. Ja, ja, du. Göttin des Krieges und der Weisheit. Oh nein. Der Kopfgeldjäger ist hier wieder auf dem Pferd. Verdammte Kopfgeldjäger. Ist auch ein netter Tempel. Ich find's schade, dass es nicht... Ist das Zeus? Nein, Neptun. Neptun. Neptun ist es. Mit dem Dreizack. Okay. Ah, da ist er ja. So, ich hoffe, du bist zufrieden. Es hat viel länger gedauert, als ich dachte. Es gab Komplikationen. Inwiefern? Als ich eintraf, war dein Bote bereits tot. Doch ich konnte den Schiffsführer befreien und den See stechen. Also ist der Auftrag erledigt. Ach, armer Herremos. Doch ich bin dir für deine Initiative dankbar. Mhm. Was hat das mit Herremos auf sich? Du scheinst nicht sehr betroffen wegen des armen Herremos zu sein. In jedem Kampf gibt es Opfer. Herremos hat seinen Teil erfüllt. Hm. Und was ist... Ähm... Mit Mytilene? Was ist denn Mytilene, das so wichtig ist? Menschen. Wir brauchen alle Verbündeten, die wir kriegen können. Mhm. Okay. Dann bezahl mich jetzt. Ich habe mehr getan, als verlangt wurde. Du wirst angemessen bezahlt. Du hast mir und dem Volk einen großen Dienst erwiesen. Eines Tages erkennst du, woran du beteiligt warst. Ah ja. Wenn du meinst. Gut. Abgeschlossen. Mas soll, wenn du wie ein sytuer, die wir haben eineώodynamicae. Sie so. Erle.